In der heutigen Labordiagnostik kommt es zu langen Wartezeiten. Viele Ärzte und Patienten haben keine Möglichkeit, Blutwerte selbstständig zu bestimmen. Dadurch wird ein Labor zwischengeschaltet, was insbesondere in Notfallsituationen problematisch ist. Wir haben einen optischen Sensor entwickelt, der eine schnelle und mobile Möglichkeit bietet, Blutwerte zu untersuchen. Der Sensor besteht aus einer Polymerfolie, in die Lichtwellenleiter eingebracht werden. Anschließend wird der Sensor mit Gold beschichtet und mit Abdameren modifiziert. Die Anwendung ist ganz einfach. Ein Bluttropfen wird auf den Sensor gegeben, optisch ausgewertet und grafisch dargestellt. So kann zum Beispiel ein Arzt bei einem Hausbesuch die Herzgesundheit seines Patienten sofort untersuchen. SmartSense – schnelle Diagnostik mit dem Smartphone.